Wie spielt man Barley in Showdown? Barley ist ja nicht so ein starker Nahkämpfer, aber gut über Mauer. Spielt ihn also vorsichtig, nutzt Mauern gut als Deckung. Meidet den direkten Kampf. Stattdessen trefft andere die Kämpfe. Nutzt die Situation zu eurem Vorteil aus, vor allem wenn Gegner schon angeschlagen sind. Wartet also auf diese Chancen. Das mag überraschend sein, aber ich verwende die erste Starpower. Da heilt er mit jedem Angriff um 400 Punkte, egal ob er etwas trifft oder nicht. Und diese Selbstheilung macht ihn schon ziemlich stark. Wenn ihr Distanzschützen außerdem gut ausweicht, dann steht dem Sieg nichts mehr im Weg. Viel Spass mit Barley.